Bure Natur hier wieder. Blauen Sonnen bei Himmel. Im blauen Sonnenschein haben wir hier sogar noch ein paar Pferdchen. Ein wunderschönes Gebiet. Das war eigentlich alles mal Wiese. Jetzt ist das jetzt ist das hier Koppel. Die Quelle ist eingeschlossen, die unbekannt ist. Dahinten sind alles Pferdchen und Dings, die sich hier wahrscheinlich abtransportieren, weil es nachts kalt wird. Ja, das Pferd frisst. Bure Natur hier bei blauem Himmel. Wo Pferde sind, sind natürlich einige Mädels. Hier habe ich auch meine zwei Drohnen leider verloren und dieses Gebiet hier, da wo ich jetzt gerade hinfilme, habe ich nicht nur meine zwei Drohnen verloren, sondern war früher ein Gefangenenlager hier oben drauf gestanden. Gefangenenlager, wo ich gerne mal wissen würde, was die Häftlinge hier gemacht haben. Das würde mich gerne mal interessieren, auf jeden Fall. Und ja, bei Interesse mache ich gerne mehr.